Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße auch zu einer weiteren Folge des WB Stammtisch. Es gibt diese Woche eines der schönsten Nebelsachen der Welt überhaupt. Und wir reden nicht von Fussball, sondern von Musik. Meine Gäste heute sind Aldo Werlen. Er ist der erste Oberwalliser, der das 55-köpfiges Repräsentationsorchester der Schweizer Armee leitet. Er leitet auch die Leitung der Pressband Lötzschental. Und rechts von mir Guido Belanda, Präsident des Oberwalliser Musikverbandes. Herr Belanda, was bedeutet auch Musik? Für mich persönlich ist Musik abwechselnd. Das tut mich vom Alltagsstress in einer Probe immer erholt. Für mich ist ein anderer Gedanke. Ich habe mir irgendjemand gesagt, einen Brechen. Da kann ich mich empfalten. Weil ich den ganzen Tag in einer Stresssituation war. Für mich ist Musik ein anderes Leben. Für mich persönlich. Eine Bereicherung im Alltag? Ja, richtig. Das kannst du sagen. Was bedeutet auch Musik? Rein privat? Also für mich ist Musik, wie ihr sehr inleitend schon gesagt, es ist die schönste Nebensache der Welt. Aber ich hatte das Glück und das Privileg, dass ich eben die Nebensache, mein Hobby, zum Beruf machen durfte. Und von daher ist natürlich, Musik hat immer schon einen sehr hohen Stellenwert in meinem Leben gehabt. Und ich hoffe euch in Zukunft. Spielt ihr selbst ein Instrument? Mehrere sogar? Ich spiele mehrere Instrumente, aber eigentlich mein Hauptinstrument. Ich bin Schlagzieger, ausgebildeter Schlagzieger. Ich habe meine Studie an der Musikhochschule in Zürich oder einem Konservator in Zürich gemacht. Als Schlagzieger? Als klassischer Schlagzieger, genau. Also könnte man auch in jeder Band einsetzen, wenn jetzt ACDC irgendwie einen Schlagzieger bräuchte? Ja, ich werde alle. Ich weiß nicht, ob ACDC jetzt gerade unbedingt zu meinem Kerngeschäft gekehrt. Es wäre sicher eine Herausforderung. Was das auf alle Fälle, wahrscheinlich für die Band und für mich, wäre es eine Herausforderung. Also es ist schon eher der klassische Bereich, den ich entdecke. Ich kann abdecken den eher ein bisschen. Absolut. Ja, genau. Ihr habt Belanda, was spielt ihr für ein Instrument? Also ich spiele nicht mehr, aber ich habe Trompeten gespielt. Das ist natürlich wieder eine andere Herausforderung, mehr richtig Blasdäckung und Kraft. Richtig. Es steckt viel dahinter. Und wie seid ihr draufgekehrt? Ja, das heisst so, ich muss es ehrlich sagen, ich habe in einer Jugendmusik Bellalp gespielt, bin nachher in die Bellalp reinkommen, habe nachher durch berufliche Umwandlung in den Briefkampf gearbeitet. Das war nicht mehr gelang. Ich habe immer gesagt, wenn ich mal je wieder in einer Musik-Gesellschaft beitreten darf, dann mache ich den 25. ganz sicher. Das war mein Ziel. Und den 25. habe ich dank der Musik-Gesellschaft einen Trochtmörl machen. habe dann im 2013 den Veteranen gekriegt, endlich nach langer Zeit. Und er habe einfach gesagt, so, jetzt ist der Zeitpunkt da, wo ich die Trompete ins Kofferli tue. Und dann zugleich um das wichtige Amt übernommen vom Präsidenten des Oberölser Musikverbandes. Das habe ich dann im Jahr 2012 übernommen. Ich war zuerst Bezirkspräsident von hier vom Bezirk Brig. Wie das ist, kann man hier fragen, wie sieht es uns, weltisch, kenntisch und... Und das ist natürlich so, wenn man heute eine Familie hat, tut man das zuerst mit der Frau besprechen, zu schauen, wie die Zeiten sind. Wie sieht es, kann man das, geworfen mich, oder wie siehst du das, es ist ein Aufwand, ich bin viel weg und 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 und. Und so war das, als die Frau sagt, jawohl, du tust, dann machen wir das. Und sie hat sofort ja gesagt. Ja. Seid ihr euch verheiratet? Ja. Aber nein, jetzt muss ich sagen, nein, sie hat sofort gesagt, wenn dir das gefallen tut und du dich verheiratet fühlst, wieso nicht. Wie gross ist das Engagement etwa? Also es ist nicht ein riesiger Aufwand, oder würde jetzt liegen, aber es ist doch viel zu tun, weil man muss Sitzungen vorbereiten, man müssen, wenn man das Oberwalliser vergibt, müssen wir da natürlich die Schau und alles zusammen schauen, die Plätze und alles zusammen. Also ich rede so im Jahr mit Musikschädschaft einmal Galoso-Musicen oder von Goms bis Brinner Susta. Also im Durchschnitt kann man sagen, ich bin so zwischen 30, 35 bis 40 unterwegs. Eversong ist natürlich durch die Swiss Army Central Band riesig. Er hat jetzt gerade das Projekt Proben gehabt. Wie sieht das so ein Tag aus? Ist man das von morgens bis am Abend am orchestrieren, am leiten? Also ein typischer Probetag beginnt am Morgen um 8 Uhr. Und den proben wir wirklich durch bis um 12 Uhr. Und nachher ist die kurze Mittagspause und am Nachmittag halb 2 bis um halb 6 geht es weiter. Weil die Problematik, die wir hier haben, ist, wir sind ein Milizorchester. Wir haben nur eine gewisse Anzahl Dienstag zur Verfügung. Und entsprechend müssen wir die Zeit, die wir haben, natürlich extrem gut und intensiv und effizient nutzen. Und darum gibt es da zum Teil schon relativ lange Probetage. Da redet man ja über WKs. Könnt ihr dort 2 oder 3 Wochen wenn ihr jeweils mit denen zusammen seid? Es ist nicht der typische WK, wenn man jetzt sonst vom Militärdienst kennt, der eben 3 Wochen terminiert ist. Im Gesamten, über das Jahr gesehen, machen die 3 Wochen Dienste. Aber es sind immer so Phasen. Also jetzt beispielsweise jetzt sind wir, da ist ein Vorbereiter gewesen für die Gosenmarschparade. Das ist ein Projekt in sich und dann wird das abgeschlossen nach einer Woche. Und dann gehen wir das Jahr, dann im August, gehen wir auf Hamina, auf Finnland, ein Tattoo. Und da werden wir die Schweiz repräsentieren. Und da freue ich mich schon riesig darauf. Das Wort zum Tattoo ist also nichts mit den Eingekerbungen erhöht zu tun, sondern es ist eine Musikveranstaltungen eine Krise. Absolut korrekt. Also mein Publikum ist, ich sage jetzt einmal doch schon im eher gesetzten Alter und wenn wir von Tattoo reden, dann wissen die Gott sei Dank, was für Tattoo wir meinen. Warum braucht es überhaupt in einer Armee Musik? Ja, ich habe es vorher kurz angesprochen, oder wenn man einen Namen genau analysiert, Repräsentationsorchester, wir repräsentieren irgendetwas. Und wir sind wirklich ein Bindeglied zwischen der Armee und der Zivilbevölkerung. Also wir sind ein Instrument für die Armee, dass man beispielsweise euch der Zivilbevölkerung danke sagen kann mit einem Konzert, dass die Zivilbevölkerung, dass die gespürte Armee ist nahe vor präsent. Und das ist eigentlich die Aufgabe, die wir haben. Wir wollen eigentlich mit dem, nicht mit Schiesslärm oder mit Dieselgestank oder was auch immer, wir wollen mit schöner Musik der Bevölkerung danke sagen, für die Unterstützung, die die Armee nach wie vor in der Bevölkerung hat. Und ihr spielt ja auf allerhöchst um Niveau, das sehen wir auch, dass Konzerte sogar im Kacke als Luzern ausverkäuft sind. Und das, jetzt werde ich schon fast rot, wenn ihr mir das so schmeichelt. Aber es ist natürlich in der Natur der Sache, die Leute, die ich habe, sind auch sehr gute ausgebildete Leute, vielleicht als Klammerbemerkung, man meint immer, es sind alles Profis, das stimmt also nicht. Der Grossteil sind Laien, aber sehr, sehr gute Musiker und die müssen mehrere Prüfungen durchlaufen. Und das ist dann natürlich schlussendlich das Resultat davon, was die über 10, 15, 20 Jahre haben die auf dem Instrument geübt, haben die Prüfungen gemacht und entsprechend ist halt das Niveau doch sehr ansprechend am Schluss. Haben wir Ihnen auch schon zu gelassen oder in einem Repräsentationsorchester? Selbstverständlich. Und? Wir reden hier im Oberwollser Musikfest in Färden. Ich muss einfach sagen, die, die da drin sind, mit Schoppel. Ist das gerade nur eine Klasse sicher als die Oberwollser Musik hier? Ja, ganz sicher. Also, das ist eine andere Klasse. Wir haben hier die erste Klasse und das ist wahrscheinlich die höchste Klasse. wenn wir jetzt wieder zum Fussball kommen, erst in die Liga und dann noch die Super League. Ja. Oder in die Champions League sogar. Ja, aber in die Champions League auch. Das ist nett. Nein, ich muss sagen, ich kenne da Häfen, müssen Kante, die unter Schien im Zepter sind. Und wenn ich die so begleite und sehe, was sie für eine Werdegang gemacht haben, dann habe ich beziehungslos ja nur, es sind auch Amatoren drunter. Oder? Und das ist, muss ich sagen, ein Schopo. Für die Jugendlichen, die sich da wegnehmen, haben wir gesagt, es ist eine kurze Zeit. Es ist eine verlängere Zeit, die die Ausbildungen machen. Das Foto in einem Verein und nachher hast du Privatstunden mit der Amo und nachher ins Feiter, oder? So haben wir hier eine Vorbereitung öfter ins Spiel zu gehen. Die Prüfungen sind ja heute nicht so leicht. Sonst kann man ja die Musik-Trompeter oder Schlagzieher fragen. Sie sagen, da wird einiges verlangt. Darum sagen wir, das ist ein grosser Schopo. Erik Dekker trat demnächst aber zu Finnland. Wo ist das Asien grässere, in Rheinland? Oder in Rheinland? Das ist eigentlich sehr, sehr unterschiedlich. Es kommt sehr stark auf die kulturellen Hintergründe eines Landes an. Wenn ich zum Beispiel das England nehme, wo natürlich Militärmusik nach wie vor einen enorm hohen Stellenwert hat. Da hat es sicher auch Monarchie spielt. eine wesentliche Rolle. Ist das ganz etwas anderes, als wenn ich natürlich das mit der Schweiz vergleiche. In der Schweiz steht natürlich eher der musikalische Gedanke im Vordergrund. Und bei den ausländischen Formationen steht eben irgendwo eher der militärische und der historische traditionelle Gedanke im Hintergrund. entsprechend ist die kann man nicht sagen der Stellenwert ist verschieden. Es ist einfach der kulturelle Umgang mit dieser Formation verschieden. Wie treten Sie jetzt um diese Uniform? Oder eher militärischer? Oder ist das jetzt so ein Ruf? Das, was ich jetzt hier tragen möchte, das ist die Galauniform, die das Repräsentationsorchester hat. Beziehungsweise das ist meine als Dirigent. die Formationen tragen eine rote Uniform, ein rotes Vesto mit weissen Hosen wenn wir Schulteel laufen und schwarzen Hosen wenn wir konzertant unterwegs sind. Dass wir da eine eleganter Variante haben. Ihr habt vorhin gesagt, ihr hättet früher die Trompete und wie seid ihr zur Musik gekommen? Ursprünglich? Habt ihr euch eine Vereinigung gemacht? Ja, das habe ich vorhin gesagt mit der Jugendmusiknoten schon angefangen. Aber das war ja so dass, wie ich jetzt aber Öl machen wollte, das ist früher im 1974 sind die vorbeigekommen von der Bellalp und haben dich nachher gefragt, wer ist gewillt? Ja, selbstverständlich. Aber es waren zwei Kollegen, die miteinander das gemacht haben. Die haben einfach gesagt, zuerst ein Jahr in der Teorie, wenn das gut war, hast du einfach mal alte Instrumente gekriegt. Und wie das euch geht, das Buch oder Foto hat unterschrieben und die Probe machte schon eine halbe Stunde zu Hause. Zum Privatlehrer, wie die Strukturen jetzt sind, hat es damals nicht gegeben, hätte er einfach einen Kollegen, der älteren Gardein von der Bellalp hätte er Unterricht gegeben vom Instrument. nachher ist es so gewesen, dass er 76 Jahre, mittlerweile hat ja jetzt die Jugendmusik Nothar, 40 Jahre, hatte er die öffentliche Auftritt mit neuen Instrumenten, aber noch keine Uniforme, die Jugendmusik bliebte. Von daher ist die Jugendmusik Nothar. ich bin sehr stolz dabei, dass ich da mitmachen durfte. Derzeit sind ja überall die Bezirksmusikfesten, die Wochenende in den verschiedenen Bezirken. Was haben die für einen Stellenwert? Wie schätzt ihr das? Also die Bezirksmusikfesten ist ja der Grund, dass man sagt, wenn das sind irgendwelche Feste, die man die Kameradschaft pflegen tut. Oder mal an weg vom Alltagsstress keine – Konkurrenz kommt von einer anderen, weil es ist die Bestesmüsegund. Es ist einfach rein, dass man miteinander zusammen ist, der Bruch führt, die Kameradschaft pflegen tut. Diese Woche hat sich jetzt angetroffen, dass kein Agarer Keppel haben. Nachher war es Eckerberg und Krängehutsch. Vier Stück nach das andere, aber das Problem ist mit dem Organisatorischen, weil es liegt gerade an Donnerstag Frau Leichnam nachher ist das Oberwalliser. Nachher am kommt schon zeitgenössisch. Das ist der Zeitpunkt, wo du und und und. Dann triffst du natürlich, dass ein Bezirk und der andere im gleichen Moment haben. Müssen wir das nicht besser koordinieren? Das ist ein grosses Problem. Ich kann sagen, ich bin Bezirkspräsident gewesen und mit Einstellung nicht der Bezirkspräsident entscheidet erst fest, sondern der Organisator die Vereine und schauen, welche Daten frei sind. Das wird schwierig. Es ist so, die Agenda ist voll offen. Du schreibst ein, dann kommt alle Tag, 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 Tag. Das Überkreuzige gibt, das ist ein Thema, das immer wieder ist unmöglich. Man kann sagen, der Bezirk macht den, der Bezirk macht den. Unter anderem macht das, das Überschneidige gibt es leider immer wieder. Wie verfolgt ihr die Bezirksmusikfest? Ich bin natürlich noch nach wie vor sehr interessiert, vor allem im Wall ist meine Wurzeln, weil ich da in dem Sinne musikalisch euch weiterhin mitverfolge, was da passiert. Und darum bin ich, wenn irgendwie möglich, natürlich euch an diesem Fest dabei und so viel wie möglich die Konzertvorträge oder die Vorträge auf der Bühne zuhören. Das ist mir schon ein Sall. Ist Kollegenschaft, Kameradschaft auch etwas Primärs bei einem Swiss Army Central Band? Oder ist da, geht es da wirklich eher einfach dann schon nur Musik? Ich glaube, ich sage es einmal so, das Musikalische, das ist Handwerk und die Persch und das Handwerk. Dass man aber das Handwerk eben umsetzen kann, dass auch ins Publikum gespürt hat, dass dann gewisse Freude hintereinander ist und eine Energie und eine Dynamik, das ist unerlässlich, dass man eine super Kameradschaft hat. Und das ist für mich eigentlich sogar der zentralste Punkt. Die Stimmung in einem Orchester ist wichtig. Und wenn die Stimmung nicht gut ist, dann kann man auch nicht miteinander Musik machen, weil Musik machen heisst ja nicht zuletzt, ich muss Emotionen irgendwie transportieren. Und wenn ich natürlich die Eiche hoffentlich so schnell wie möglich hier vorbei, dann gibt es nie zwischen dem Publikum und der Band. Da findet die Interaktion nie statt. und darum ist für mich sogar sehr, sehr ein wesentliches Thema die Kameradschaft. Ist für alles Leben ohne Musik vorstellbar? Also, ich muss ehrlich sagen, ich höre jeden Tag Musik und das ist unmöglich. Ich muss sagen, es ist immer ja, tu doch mal ab schnell, ich brauche Musik. Eine spezielle Musikrichtung oder einfach gerade was läuft? Ja, ich höre rein hypothetisch gesehen mittlerweile alt. Ich höre jetzt. Früher habe ich einfach Blasmusik. Aber man kommt mittlerer ihrer Eltern natürlich auch klassische Musik los, aber ein bisschen beruhigt. Oder auch Jörgeln und so. Also, bleibt bondiger. Wie sieht das bei uns? Gott sei Dank, kann ich diese Frage nicht hundertprozentig beantworten. Ich könnte mir das nicht vorstellen, ganz ehrlich gesagt, weil seit kleinem an, was ich mich daran geben kann, ist einfach Musik hat so einen grossen Stellenwert in meinem Leben ingenommen. Ich könnte mir nicht vorstellen, ohne Musik weiterzuleben, im Sinne von Beruf oder eben in keinem Verein mitspielen. Das könnte ich mir nicht vorstellen. Haben die Ehren in der Armee auch wieder klassisch Wege eingeschlagen, eben mit Musik RS-Show und allem, was es da gibt? Genau, also ich habe 1997, ich bin euch schon ein älteres Modell, habe ich die Recruiterschule gemacht und habe dann entsprechend, wie es im alten System war, die Unteroffizierschule und Offizierschule und so weiter, also den militärischen Werdegang gemacht und parallel dazu ist dann das Musikstudium gekommen, das ich in Zürich Das ist dann so, ich sage jetzt auf professioneller Ebene, habe ich dann zweitwiesig meinen Abschluss gemacht und seitdem bin ich eigentlich immer diesem Beruf treu geblieben. Und da tut man dann normale Dienste leisten oder ist euch schon da nur mühsig im Vordergrund? Oder da sieht man das ist natürlich mal eine Waffe oder müssen wir mal die Schuhe polieren? Also wir sind waffenlos. Das ist, wir haben keine Waffe in der Militärmäusik. Die Waffe, die eisige Waffe ist das Instrument. Das mag jetzt ein bisschen komisch klingen, aber es ist tatsächlich so. Es ist, wenn ich jetzt auf die Frage zurückzukommen, wir haben natürlich die ersten sieben Wochen eine ganz normale Grundausbildung, weil jede andere militärische Formation an euch. Also wir haben ABC-Ausbildung, Sanitäts-Ausbildung und so weiter und so fort. Die Leistungsmärsche, die man macht, das gibt es mir bei euch alles. Und bei euch ist die Schuhe putzen noch gerade fast wichtiger, weil das allererste, wo ein Publikum schaut, sind, ob wir flette Schuhe haben, ob man es geläubt oder nicht. Verpflichtet ist. Gibt es etwas im Zusammenhang von Musik, ein Konzert oder etwas, was ihr noch einmal erleben würdet, wo ihr sagt, das habe ich immer schon mal erfüllen. Ja, ich hatte immer meinen Träumen, weil der Alter hat mir mal versprochen, ein Ding, hier irgendetwas organisieren. Aber wie das auch so geht, eine schön vielfältige Menschen, viele Termine und Tore. Und ich glaube, wenn der Alter mir sagt, los, dann kannst du kommen, das garantiert mir sicher nicht. Er weiß, worum das geht, oder was? Ja, wenn ich das diskutiert, dann vielleicht noch einmal wenig, aber das ist kein Problem. Ich muss sagen, wenn man auf einmal ein Konzert gehört hat, ich kann es nicht ich kenne es gar nicht viele Chore, aber sagen wir wirklich die Gäme, das ist wirklich. Hät ihr schon mal eins gelassen? Nein. Ich kann es empfehlen. Also wirklich, das könnt ihr nachher sagen wollen. Das ist Musik. ja, da habt ihr wirklich. Aber ja. Gibt es mit allen etwas, was ihr wolltet erfüllen? Ja, es gibt natürlich schon, vor allem im mezzinischen Bereich, wenn man das Konzertamt anschaut, es gibt wunderschöne eine Saal in der Schweiz, eben beispielsweise KKL, da sind wir allerdings jetzt schon regelmässig zu Gast gewesen, was einfach ganz, ganz ein spezielles Gefühl ist, wenn man auf die Bühne kommt und in diesen riesen Saal schaut, das ist gigantisch. Aber ich sage jetzt einmal beispielsweise in Montrö könnte ich mir vorstellen mal zu spielen, im Stravinsky, Auditorium Stravinsky, das ist auch nur so ein Saal, wo mich einmal reizen würde. Und wenn ich da ein wenig über die Grenze drüber schaue, dann gibt es noch eigentlich ein Tattoo, das ich gerne machen würde. Alle anderen habe ich eigentlich so auf meiner Liste in den vergangenen bald 15 Jahren schon abheckeln. Und jetzt ist noch ein offen, das ich gerne sehen würde. Und das voraussichtlich wird das eventuell dann sogar im 2019 noch möglich sein, dass ich das erleben kann. Und das ist? Das wird übersehen sein. Okay. Gut, das war schon vom Stammtisch Verhittert. Ich bedanke mich mit meinen Gästen, Aldo Werler und Guido Belanda. Ich wünsche allen eine schöne Woche. Ich wünsche euch das mit dem Gönnen. Ich wünsche euch das mit dem